Ich höre jetzt komplett zum Lachen auf und wir gehen halt mit einfachen Sachen, Kniebeugen. Wie viele Liga schaffst du? Vier. Genauso viele wie ich. Ich arbeite in der Werbebranche und da wird man ziemlich schnell ausgebrannt und angepisst. Und dann habe ich mir halt gedacht, ich mache jetzt einfach irgendwas. Und habe mir dann einen goldenen Anzug bestellt. Und es ist so, wenn Leute, keine Ahnung, von der Volksschule, Hauptschule mitbekommen, dass sie studiert haben und so weiter, kann ich es kaum glauben. Ja, es ist eh wurscht. Es wächst eh wieder. Es war jetzt sowieso nass. Gerade kriege ich Klaustrophobie nach kurzem, wenn ich am Land bin. Also alles außer Wien ist mir zu eng. Die Gschamigen werden locker und die Nasenspitzen rot. Und da Teufel geopft am Tisch und die Mühlen kratzen ab. Und die Willen werden schwanger, die Geldbesen werden leer. Der Schmähmädel ist vor dir vor uns am Eichen wandelt. Und da, 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 nix zum Zock. Der Schilder, der Gaugertschöse und die Stummele zum Lachen mehr. Bleib' ich schilder, der Gaugertschöse und die Stummele zum Lachen mehr. Der Bruder, hab du achten, komm, komm, da ist doch nix.